Hey, ich bin Olli von StudioPro.net und heute möchte ich euch kurz ein kleines Instrument aus unserer Matrixa Selected Sound Kollektion vorstellen. Und zwar handelt es sich um Matrixa Big Nuts Pad. Das spiele ich jetzt mal kurz an. Genau, ein schönes Pad, ein schöner Pad-Sound, den ihr wunderbar für eure Filme oder Werbeprojekte einsetzen könnt. Natürlich auch für alles andere. Und ich editiere jetzt mal ganz kurz ein bisschen an dem Sound und kümmere mich mal so ein bisschen um die Hüllkurven. Ich mache die mal schön kurz und wähle mal für den zweiten Effekt einen Phaser aus, den ich mir reindrehe. Und für den ersten Effekt wähle ich mal einen anderen Reverb, nämlich vielleicht einen kurzen. Und nehme auch nochmal einen anderen Filter und dann können wir mal schauen, wie der Sound jetzt klingt. Und so haben wir aus einem Pad einen schönen Leadsound gemacht. Also die Instrumente aus der Matrixa Selected Sound Kollektion sind sehr vielseitig und mit so ein paar Handgriffen könnt ihr da auf jeden Fall viel rausholen. Also geht auf StudioPro.net, kauft euch das Ding, kostet nur 1,29 Euro. Ist also ein, wie sagt man heute so schön, No-Brainer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und bin sehr gespannt, was ihr für geile Musik damit herstellt. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.